Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt hier auf der CZXP in Köln. Diese geht vom 27. Juni bis zum 30. Juni 2019. Eigentlich hier aus Brasilien ist dieses Popkultur-Festival hier rüber geschwappt. Und wie ihr sehen könnt, sind hier mega Bauten aufgemacht. Sei es von Harry Potter, von Batman und von 16.30 Uhr kommen Idris Elba und Jason Sassum. Und da gehen wir jetzt erstmal hin. Also viel Spaß bei diesem Aftermovie mit Stimmen nachher von Händler und von Zuschauern. Also viel Spaß. Das ist so cool! 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 Das ist so cool!